Hey Leute, es ist euer Flutters, der Schirmel Forever Facebeak. Ne, es ist euer Flutters, der ist Forever Schirmel Facebeak. Also, ihr seid jetzt heute ein Kanal, ich finde es auch cool. Es heißt Flutters, ne Flutters, Flutters, aber es heißt anders. Also, es ist immer sowieso, er ist toll und ja, ja, ich hab sowieso, aber ich muss überlegen, was, ich muss mal gucken, okay. So, was kann man entscheiden? Ja gut, oder Intro weiß ich nicht, also sie macht noch nicht so viel Videos, aber wenn ihr will, kann ist ihr sehr müde. Und ja, vielleicht bekommen sie mehr Aramante, wer weiß, das würde mich freuen, wenn ihr sie Aramante aussuchen, was von mir wissen sie das nicht. Und jetzt geht's mir Uhr.